Wir haben es hier mit einem Unfall auf dem Betriebsgelände der Firma zu tun. Es wurde ein 1000 Liter Behälter beschädigt beim Abladen. Dieser Behälter hatte einen Inhalt, ein Gemisch von Salpetersäure und Zinknitrat. Wir vermuten, das ist also aus der Eisenindustrie hierhin zur Entsaugung gebracht worden. Es sind ausgelaufen, geschätzte Menge 700 bis 800 Liter von dem Medium. Wir sind dabei, die kontaminierte Fläche großflächig mit Chemikalienbinder abzustreuen. Wir haben Kanaldichtkissen gesetzt. Wir sind mit der Wasserbehörde und den städtischen Entwässerungen so weit, dass wir also die Kanäle dicht setzen. Gefahr besteht in erster Linie natürlich für das Gewässer. Dieser Zinknitrat und die Säure ist also für Mikroben sehr schädlich. Somit haben wir also auch die Klärwerkstation in Kahn informiert. Auch da werden Maßnahmen zur Vorsorge getroffen. Ja, und ansonsten wird sich der Einsatz noch ein bisschen in die Länge ziehen. Das ist jetzt eigentlich so ein Einsatz, der durch viele Kräfte unter Chemikalien-Schutzanzug bearbeitet werden muss. Und eine Fachfirma ist von der unteren Wasserbehörde beauftragt worden mit der späteren Entsorgung. Ja, im schlimmsten Falle würde also unsere Kläranlage das Licht verkraften und dementsprechend also ungeklärtes Wasser durchlassen. Das ist also im Grunde genommen so die Gefahr. Weitere Gefahren für Anwohner und Bevölkerung bestehen in erster Linie erstmal nicht. So, jetzt geht's. grown Untertitelung des ZDF, 2020